Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar der RIONEX Biomedical GmbH. Ja, heute haben wir ein ganz besonderes Webinar vor uns. Sie wissen, in der Vergangenheit haben wir sehr, sehr viele Webinare durchgeführt zu den Anwendungen der Biosanz nach Paul Schmidt, wie wir möglichst effektiv Mensch und Tier helfen können. Dabei haben wir immer wieder auch die Frage aufgeworfen, wie die Geräte funktionieren, wie insbesondere auch das Dipol-Antennensystem funktioniert, wie hängt es mit den Studien zusammen. Wir haben über In-Vivo-Studien und In-Vitro-Studien gesprochen. Und wir möchten heute in diesem Wissenschaftswebinar zur Biosanz nach Paul Schmidt all diese Themen noch mal etwas detaillierter betrachten. Auch versuchen schon mal die ersten Erklärungsmethodiken zu entwickeln, wie das Dipol-Antennensystem, welches ja das Herz der Biosanzgeräte nach Paul Schmidt ist, funktioniert. Ja, und dazu werden wir einige vollkommen neue und sehr, sehr interessante, so hoffentlich für Sie, Folien sehen. Wir haben einige Versuche vorbereitet für Sie, die wir dann auch im Vorfeld schon aufgenommen haben. Wir haben aber auch einen Gast eingeladen heute Abend. Und das freut mich ganz, ganz besonders, im zweiten Teil dieses Webinars dann Herrn Prof. Dr. Datsch begrüßen zu dürfen, mit dem wir ja schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten, insbesondere im Bereich der In-Vitro-Studien. Und er wird uns dann natürlich auch erläutern, warum In-Vitro-Studien so wichtig sind. Und, und das ist das Besondere jetzt natürlich dann auch dieses Webinars, er wird uns sozusagen die brandneue In-Vitro-Studie zur Bioresonanz nach Paul Schmidt vorstellen und in welchen Bereich wir hier jetzt dann neue Erkenntnisse gewonnen haben. Kommen wir erstmal noch zu dem Ziel der Bioresonanz nach Paul Schmidt. Wir verfolgen ja mit unseren Bioresonanzgeräten das Ziel, mit den von den Bioresonanzgeräten erzeugten Frequenzen Eigenregulationen im Organismus von Menschen und Tieren anzuregen. Das bedeutet, das Bioresonanzgerät mit dem Dipol-Antennensystem innen drin produziert die Frequenzen. Diese werden dann entsprechend über Kabel und Detektoren auf den Körper appliziert. Ja, und wirken dort entsprechend stimulierend. Dieser Effekt ist aus der Natur allerbestens bekannt. Und die ganze Evolution ist mit diesem Effekt begleitet worden, und zwar insbesondere durch unser Sonnenlicht. Und das ist auch direkt die Methodik, mit der man am allerbesten und einfachsten Bioresonanz überhaupt erklären kann. Denn wissen Sie, wenn wir in die Sonne gehen, dann wird ja unsere Haut braun. Und dafür gibt es einen Grund. Das ist ja nicht deshalb, weil sich die Haut erwärmt, sondern dahinter steckt natürlich ein anderer Effekt. Und zwar ist es das ultraviolette Licht der Sonne. Und dieses ultraviolette Licht der Sonne ist nichts anderes als ein Frequenzbereich zwischen 750 und 1500 Terahertz. Das ist sehr hoch. Und damit und immer dann, wenn diese Frequenz und nur wenn diese Frequenz in diesen Bereichen dann auf den Körper trifft, werden Regulationen ausgelöst. Wie zum Beispiel die Bildung von Melanin oder die Pigmentbildung, ganz wichtig, aber auch zum Beispiel die Bildung von Vitamin D. Ja, und das bedeutet, Frequenzen können in unserem Organismus Regulationen auslösen. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, dass die Biosanzgeräte von uns einen verschiedenartigen Frequenzbereich ausprägen können und sodass wir also verschiedene Frequenzen mit verschiedenen Frequenzbereichen auf den Organismus prägen können, um damit die ihnen eigenen Regulationen auslösen zu können. So ist im Endeffekt die Idee, die Paul Schmidt ja schon im Jahre 1976 entwickelte. Ja, und wir hören ja oder wir haben ja auch gerade schon das Thema Frequenz und auch jetzt mal das Thema Intensität und Amplitude betrachtet. Und wir möchten das nochmal eben in einer eigenen Folie auch erläutern, damit Sie sich das besser vorstellen können. Denn es ist ja schon auch für viele, die sich in diesem Bereich nicht, sage ich mal, auf der technischen Seite bewegen, doch schon sehr abstrakt. Und es ist unsere Hoffnung, hier ein bisschen Licht in dieses Dunkel zu bringen. Unter einer Frequenz verstehen wir genau das, was hier auf dem Bild links abgebildet ist. Das heißt also, wir produzieren mit dem Dipol-Antennensystem Frequenzen, die wir auf den Körper prägen. Und eine Frequenz ist dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Startpunkt hat. Dann geht sie zum Maximum, geht durch die Mittellinie sozusagen wieder zurück, geht dann wieder zum Minimalpunkt und zum Ausgangspunkt zurück. Und wenn das alles sinusförmig ist, dann spricht man halt eben von einer sinusförmigen Frequenz. Und wenn diese Schwingung genau in einer Sekunde einmal durchgeführt wird, dann spricht man von einem Hertz. Das heißt also, die Schwingung ist dann ein Hertz. Passiert das fünfmal in der Sekunde, spricht man von fünf Hertz. Passiert das tausendmal von tausend Kilohertz. Passiert das eine Millionmal in der Sekunde, ist es ein Megahertz. Und wenn das eine Milliarde Mal in der Sekunde passiert, also es ist ja schon unvorstellbar, dann spricht man von einem Gigahertz. Ja, und wir haben jetzt eben gerade sogar das Terahertz gehört. Das heißt, der Körper reagiert auf extrem hohe Frequenzen, natürlich dann auch mit Regulation. Also ein ganz, ganz interessantes System, wie es sich im Endeffekt hier auch für die Biosenanz dann ausbricht. Ja, und neben der Frequenz sprechen wir in der Technik halt eben dann auch von der sogenannten Amplitude. Und die Amplitude ist nichts anderes als die Intensität, mit der eine Frequenz dann auch daherkommt. Sie sehen es an dem Bild links, dass eine Frequenz, in diesem Fall eine sinusförmige Frequenz, halt eben eine gewisse Intensität haben kann. Sie kann stark sein, sie kann schwach sein. Sie kann natürlich dann entsprechend hier auch moduliert werden und so weiter. Und genau auf diesen Punkt möchte ich nochmal eingehen. Vielleicht auch für Sie schon mal gehört, Wenn wir zum Beispiel eine, wenn wir Radio hören und wir hören jetzt dann in diesem Fall noch kein Digitalradio, sondern wie alt hergebracht sozusagen dann über die Frequenzmodulation, da wissen wir, es ist also FM zum Beispiel hier in diesem Bereich 93,5 Megahertz. Das ist dann zum Beispiel WDR 2. Und darauf können wir dann ja entsprechend Radio hören. Und hier werden Frequenzen moduliert. Das heißt also, es werden Daten und Informationen übertragen dadurch, dass wir die Frequenz verändern. Vielleicht haben Sie schon mal auch in Ihren Einstellungen beim Radio auch gesehen, dass man also auch eine AM-Frequenz sozusagen hier wählen kann. Das ist dann eine amplitudenmodulierte Frequenz. Und da verändert sich dann die Intensität und dadurch werden die Informationen übertragen. Also das einfach mal nur zum Thema dieser Frequenz und Amplitudenmodulation. Wir benutzen ja im Bereich der Biosanz nach Paul Schmidt einen veränderlichen Parameter. Das ist die Frequenz. Die können wir verändern, wogegen die Amplitude eingestellt ist auf einen fixen Wert. Das hat einen ganz, ganz klaren und wichtigen Grund auch der Sicherheit. Denn wir möchten ja mit diesem System sanft und sicher stimulieren, möchten aber auch nicht den Organismus überfrachten und auch nicht belasten können. Und das ist für uns ein ganz, ganz wesentliches Kriterium, dass nämlich Anwender mit diesem System definitiv keinen Fehler machen können. Und deshalb ist die Frequenz einstellbar, um den entsprechenden Regulationsbereich halt eben auch wählen zu können, aber nicht die Amplitude. Also ein ganz wichtiges Thema, auch zu der Sicherheit natürlich des Systems, aber auch letztendlich zur Einfachheit der Anwendung. Denn wenn wir die Amplitude nicht wählen müssen, dann macht es natürlich die Anwendung erheblich einfacher. Ja, und wie prägt sich dann eine Therapie aus? Ganz einfach. Dadurch, dass wir sagen, wir wählen genau die Frequenzspektren im Bioresonanzgerät aus, deren Bereiche wir im Organismus, egal ob Mensch oder Tier, dann stimulieren möchten. Ja, und wir haben ja gerade auch in dem Wort Bioresonanz immer auch das Wort Resonanz enthalten. Und wie kann man sich jetzt Resonanz vorstellen? Und auch dazu kann man natürlich schön etwas zeigen, denn gerade wenn wir uns über Resonanz unterhalten, dann fallen einem im ersten Moment natürlich Stimmgabeln auch ein. Und mit den Stimmgabeln kann man wunderbar dann auch zeigen, wie dieser Resonanzeffekt ausgeprägt ist. Und wir haben mal im Vorfeld auch zu diesem Webinar die einfach mal zwei Stimmgabeln genommen und diesen Effekt dargestellt. Ja, und ich möchte die Technik mal bitten, genau dieses Video jetzt mal einzuspielen. Ja, den Effekt der Resonanz kann man wunderschön an dem Beispiel von Stimmgabeln erläutern. Denn Resonanz tritt ja immer dann ein, wenn zwei Körper auf der gleichen Frequenz schwingen können, sodass also ein Körper den anderen dann anregen kann. Ja, und wir haben hier vor uns zwei Stimmgabeln, jeweils abgestimmt auf den Kammerton A. Das sind ja 440 Hertz. Und wir wollen immer auch im übertragenen Sinne sprechen. Denn wir möchten ja mit dem System auch die Bioresonanz nach Paul Schmidt erklären. Das heißt also, wir werden versuchen, mit der einen Stimmgabel die andere anzuregen. Im übertragenen Sinne wiederum ist sozusagen das unser Bioresonanzgerät, welches die Frequenzen erzeugt und das der Körper, der im Endeffekt diese Frequenzen aufnimmt und in Resonanz tritt und damit halt eben entsprechende Regulationen auslöst. Ja, und um das zu visualisieren, stoßen wir jetzt einfach mal die erste Stimmgabel an. Wir hören den Kammerton A. Und wenn ich den stoppe, hören wir den Ton hier auf der zweiten Stimmgabel weiter. Das heißt also, diese Stimmgabel war in der Lage, diese Stimmgabel anzuregen. Ich kann das gerne nochmal wiederholen. Ich stoppe. Wir hören den Ton weiter. Und damit kann man sehr schön zeigen, dass halt eben eine Stimmgabel in der Lage ist, die andere anzuregen. Im übertragenen Sinne wieder das Bioresonanzgerät auf dieser Frequenz sozusagen dann den Körper anregen kann. Was passiert denn jetzt, wenn eine Stimmgabel ins Spiel kommt, die nicht den Kammerton A mit 440 Hertz hat? Ich lege das mal zur Seite. Und wir nehmen dazu jetzt eine andere Stimmgabel auf einer anderen Frequenz. Diese Stimmgabel schwingt also auf 1000 Hertz. Und da kann man jetzt folgenden Effekt dann erkennen. Also wir stoßen wieder an. So, man hört sofort, diese Stimmgabel ist gar nicht in der Lage, auf 1000 Hertz zu schwingen und angeregt zu werden. Das heißt also, diese Stimmgabel ist nicht in der Lage, von der ersten Stimmgabel angeregt zu werden. Jetzt wieder im übertragenen Sinne der Bioresonanz nach Bordschmidt. Wenn wir eine Frequenz haben, die auf den Körper trifft, die der Körper nicht benötigt, er nicht in Resonanz geht, was bedeutet das? Dass natürlich keine Wirkung entstehen kann, klar. Aber, und das ist ja die besondere Erkenntnis aus den 40 Jahren Bioresonanz nach Bordschmidt, halt eben auch keine Nebenwirkungen auftreten. Und das kann man auch anhand dieses Effektes sehr schön erläutern. Ja, vielen Dank für die Einspielung. Nochmal an die Technik. Ja, es ist wirklich eine sehr schöne Methodik mit den Stimmgabeln, Resonanz erklären zu können. Und unsere Hoffnung ist natürlich auch die, dass Sie mit diesem Erklärungsmodell natürlich auch selber arbeiten und das entsprechend weitergeben, wenn Sie danach gefragt werden. Ja, was macht im Endeffekt für uns die Faszination an der Bioresonanz aus? Und die Faszination, die können wir jetzt auch mal damit darstellen, dass ja auch sehr, sehr bekannte Wissenschaftler sich in diesen Bereichen bewegt haben und sozusagen auch Wegbegleiter, aber auch Wegbereiter insbesondere der Bioresonanz nach Bordschmidt waren. Und wenn wir hier mal auf einen ganz bekannten Wissenschaftler, nämlich Max Planck, zurückkommen, dann war er es ja, der durch seine Arbeiten ja auch den Satz prägte, letztendlich ist jede Materie Schwingung. Und das ist für uns natürlich ganz besonders spannend, weil die Erklärung dazu natürlich auch die Erklärung zur Bioresonanz nach Bordschmidt ist und auch die Erklärung, warum so etwas funktioniert. Und wir möchten Sie in wenigen Folien einfach mal mit durch dieses Thema oder mit in dieses Thema eintauchen lassen und kommen da nochmal zu der aktuellen Betrachtung. Ja, und es ist ja so, Sie sehen in dem linken Bild ein ganz klassisches Atom. Das heißt also links oben sehen Sie das Bild eines Wasserstoffatoms. Das ist das einfachste Atom, was wir kennen. Ein Proton im Kern, ein Elektron in der Schale. So, und Sie sehen also links oben zwischen dem Proton und dem Elektron gibt es natürlich einen Abstand. Und hier ist ja nach dem klassischen Atommodell hier ein Abstand, der das Elektron dann in diesem Abstand um das Proton kreisen lässt. So, und im Mittelalter zum Beispiel glaubte man ja, dass also jede Materie total massiv und auch unteilbar ist. Das heißt also, wenn die dann Metall in der Hand hatten, dann dachten, das ist massiv. Klar, die konnten natürlich auch nicht weiter ins Innere hineinschauen. Wir sehen ja auch selber nur die Oberfläche mit unseren Möglichkeiten. Und deshalb dauert es einfach auch und deshalb braucht man Wissenschaft, um hier tiefer eintreten zu können. Ja, und im Jahre 1915 war es dann soweit, dass Bohr und Sommerfeld herausfanden, dass Materie also aus kleineren Teilchen und Teilen bestehen muss und das Atommodell wurde geboren. Und Atom bedeutet ja aus dem Griechischen heraus abgeleitet mit chemischen Mitteln, dass ein nicht weiter teilbares, dieses Gedankenspiel, was wir hier natürlich jetzt auch einmal kurz betreiben möchten, und Sie sehen das ja auch in dem Bild, das ist Folgendes. Wissen Sie, wenn man einfach nur mal den Abstand, den wir jetzt eben schon angesprochen haben, zwischen dem Proton und dem Elektron weglassen würde, dann wäre im Endeffekt unsere gesamte Welt um 10.000 Mal kleiner. Daran kann man abschätzen, wie viel Platz sozusagen zwischen dem Elektron und dem Proton im Kern ist. Und das würde bedeuten, also das ist natürlich nur ein Gedankenspiel, aber ich möchte damit dahin leiten zu sehen, dass wir natürlich auch einer gewissen Skalierung hier, dass wir eine Skalierung vorliegen haben unserer Welt, denn wir sehen hier alles nur sozusagen von der Oberfläche her. Ja, und wenn also zum Beispiel ein 1,80 Meter großer Mensch in diesem Gedankenspiel sozusagen diesen Abstand zwischen dem Proton und dem Elektron nicht hätte, dann wäre er im Endeffekt nur gerade mal 0,18 Millimeter groß. Und das natürlich bei gleichem Gewicht. Ja, unsere Erde hätte nur einen Durchmesser von vier Kilometern. Und das zeigt einfach, mit unseren Sinnen nehmen wir nur skalierte Hüllen wahr, jedoch nicht wirklich was, was sich im Inneren sozusagen befindet. Ja, und die entscheidende Frage, die sich daraus ableitet, ist ja, wenn jetzt unsere Welt also aus Protonen, Neutronen und weiteren Teilchen besteht, ja, woraus sind sie denn dann letztendlich zusammengesetzt? Und hier hat es ja nun enorme Weiterentwicklungen gegeben, nicht nur in der Quantenphysik, sondern insbesondere auch in der Quantenmechanik. Und diese Lehre daraus ist ja, dass also Elementarteilchen, aus denen sich dann dieses Atom zusammensetzt, ja letztendlich als sogenanntes Korpuskel auftreten können, also als ein Teilchen oder in der anderen Darstellung als Welle. Und das ist halt eben total interessant, hier natürlich aufzugreifen, weil es für uns in der Biosenanz einen total entscheidenden Ansatz bietet. Denn zudem ist es ja so, dass die weitere wissenschaftliche Ausarbeitung dann auch noch zeigte, natürlich, dass zum Beispiel jetzt durch Heisenberg und Louis-Victor de Broglie, die zeigten, dass also jede Materie Wellencharakter und einen Spin, das heißt eine Drehrichtung hat. Und damit wird jetzt klar, dass unsere Welt letztendlich aus Schwingungen aufgebaut ist. Und so schwer es den Menschen fällt, weil wir ja alles nur mit unseren Augen sehen und die Oberflächen nur sehen und natürlich nicht tief ins Innere schauen können und es zudem dann auch noch sehr technisch wird, sehr physikalisch wird oder im schlimmsten Falle für viele noch sehr mathematisch wird, ist es natürlich so, dass es auch für viele so abstrakt ist, dass sie einfach sich diesen Themen nicht zuwenden und es damit einfach nur einem wirklich auch kleinen Teil, ich sag mal der Gesamtbevölkerung dann zugänglich werden kann. Nichtsdestotrotz ist es so, dass gerade auch die Quantenmechanik dazu einen gewaltigen Beitrag liefert, unsere Welt und auch letztendlich uns dann natürlich viel, viel besser verstehen zu können. Ja, und der Ansatz der Biosanz nach Bolt-Schmidt ist natürlich der, dass wenn alles und jedes letztendlich aus Schwingungen besteht, so wie es Max Planck gesagt hat und diese auch in Wechselwirkung miteinander stehen, dann ist natürlich für uns seitens der Biosanz nach Bolt-Schmidt auch klar, dass wir mit Frequenzspektren einwirken können und sozusagen auch, ich sag mal, Reparaturen im Sinne von Therapien dann durchführen können. So ist da der Ansatz. Und wenn ich noch kurz hinzufügen darf, gerade sind ja die Nobelpreise vergeben worden, in diesem Falle auch in der Physik im Bereich der Quantenmechanik und im Bereich der Quantenverschränkung. Und das alleine wirft ja Fragen auf, die noch in ganz, ganz andere Richtungen gehen können, sodass man auf einmal feststellt, dass hier Teilchen miteinander verbunden sind und auf große Distanz auf einmal tatsächlich sich sehr, sehr ähnlich auf einmal verhalten können. Und das in einer Geschwindigkeit, die im Moment die Physik noch vor totale Rätsel stellt, weil es ja nach aktuellem Stand sogar schneller als das Licht sein könnte. Und das wirft so viele Fragen auf. Und man stellt zum Schluss fest, wie halt eben auch immer gesagt wird, mit dem Wissen kommt der Zweifel und je mehr man weiß, stellt man fest, je mehr weiß man dann eigentlich nicht. Und je spannender wird dieses ganze Thema. Ja, und damit mal ebenso auch als Einleitung gedacht, wie wir hiermit umgehen. Vielleicht gehen wir aber jetzt noch mal einen Schritt zurück, gehen noch mal auf Paul Schmidt. Denn wir wollen uns ja intensiv um das Dipolantennensystem bemühen. Und das hatte er ja im Jahre 1975 schon im Blick, weil er die ersten Ergebnisse ja mit einem Frequenzgenerator erzeugt hatte und hier sehr schnell erkannt hatte, dass ein Frequenzgenerator aber nicht geeignet ist, weil er einfach zu teuer ist, um hier in der Breite dies als Therapiegerät einsetzen zu können. Und dann hatte er geforscht und fand zum Schluss die Möglichkeit über Dipolantennensysteme die Frequenzen so schön aufzubereiten, dass sie einen therapeutischen Effekt hatten, aber das System im Prinzip auch durch die Möglichkeit der Herstellung geeignet war, dies in der Breite zu verteilen. Denn Sie wissen, Paul Schmidt war, er ist ja gerade sozusagen, er hatte ja gerade seinen 100. Geburtstag gefeiert, er war sehr sozial engagiert und seine Idee war immer, möglichst vielen Menschen helfen zu können. Ja, und wenn wir jetzt mal auf das Prinzip des Dipolantennensystems zurückkommen, dann erlauben wir Ihnen hier an dieser Stelle mal den Blick ins Innere eines zum Beispiel Rayocomp PS10-Gerätes und Sie sehen also hier sehr zentral in der Mitte das Dipolantennensystem, das sind Stabreihen, die nebeneinander liegen und das in zwei verschiedenen Ebenen und das werden wir aber auch gleich nochmal dann in einem weiteren kleinen Erklärvideo sozusagen dann sehen. Ja, und die ganze Elektronik, die man sieht, die ist also nur dafür da, dass das Display, die Tastatur, der Speicher und so weiter und natürlich auch der Motor für den Antrieb und die Positionierung des Antennensystems gedacht ist. Also, die ist nur dafür da, aber nicht für die Herstellung der Frequenzspektren und dafür ist dann nur dieses Dipolantennensystem gedacht. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen und man muss sich auch die Frage gefallen lassen, wissen Sie, wenn Menschen unsere Geräte öffnen und sehen dann im Inneren, ich sage mal lapidar, so ein paar Metallstäbe, dann ist, sage ich mal, sehr schwierig für diejenigen, die also keinen physikalisch-technischen Hintergrund haben, zu verstehen, wie hier das System überhaupt dann arbeiten soll. Ja, und um genau dieses Dipolantennensystem näher zu beleuchten und auch mehr Grundlagenforschung noch durchzuführen, habe ich am 01.09.2021 die Promotion dann an der Fakultät für Elektrotechnik in Pilsen begonnen. Und wir haben dort ein Team gefunden, welches mit großem Interesse insgesamt daran mitarbeitet, die Grundlagenforschung zu diesem Dipolantennensystem weiter voranzubringen. Und mein konkretes Ziel mit der Promotion und dann, so hoffe ich, dann der erfolgten Dissertation, ist dann sowohl das Dipolantennensystem physikalisch-mathematisch erklären zu können, als aber auch natürlich dann durch die gewonnenen Erkenntnisse, zum Beispiel durch Simulationsverfahren, eine Leistungssteigerung und auch nochmal eventuell eine Optimierung herbeizuführen. Und das wird natürlich dann, oder damit schließen wir dann den Kreis der Erklärbarkeit, auch der Biosenz nach Paul Schmidt. Denn auf der einen Seite zu sagen, wir haben hervorragende Studien und Ergebnisse, ist natürlich ganz wichtig in der Darstellung auch zum Beispiel zur Erlangung eines Medizinproduktestatus, weil da muss man ja die Leistung und auch die Sicherheit beweisen. Aber was natürlich auch ganz besonders wichtig ist, das ist, dass man in der Grundlagenforschung erklären kann, wie dieses System dann auch auf der technischen Seite und auf der physikalischen Seite arbeitet. Ja, der Ablauf übrigens ist so, in einem ersten Step werden sechs sogenannte Individual Steady Plans bearbeitet, die alle aber auch mit dem Dipolantennensystem zu tun haben. Zum Beispiel arbeite ich jetzt gerade aktuell an der Simulation dieses Dipolantennensystems und hoffe dann, da in den nächsten Monaten auch wiederum schon wieder weitere Erkenntnisse erlangen zu können. Aber alleine das, was jetzt in der Kürze der Zeit schon erarbeitet worden ist, ist total klasse und wollen wir auch dann jetzt in den nächsten zwei Folien nochmal vorstellen. Ja, also die Promotion wird dann so weitergehen, dass wenn diese Individual Study Plans durchgearbeitet sind, es dann eine erste sogenannte kleine Doktorarbeit gibt, die dann verteidigt werden muss und das qualifiziert dann für die große Doktorarbeit. Das muss sich paaren mit internationalen Vorträgen und auch internationalen Veröffentlichungen und eine davon werden wir auch heute schon vorstellen können. Also, das hat einen richtigen Schwung gegeben in der Erklärbarkeit auch der Biosanz nach Botschmidt. Jetzt kommen wir aber nochmal zum Dipolantennensystem zurück und ich hoffe, dass Sie dem jetzt auch gut folgen können. Wir haben hier also die Funktionsweise einer Dipolantenne vor uns und Sie sehen ja, wenn Sie sich jetzt an das Bild erinnern, auch mit dem PS10, das waren ja Metallstäbe, die in einer entsprechenden Anordnung hier angebracht worden sind und sich dann durch einen Motor drehen ließen. So, jetzt haben wir mal einen Stab herausgepickt und den sehen Sie links oben in dem Bild. Ja, und hier erkennt man also, dass in diesem Stab durch zum Beispiel eine äußere Frequenz dann sowohl eine solche Dipolantenne senden, als aber auch empfangen kann. Und wenn man sich mal eine Schwingungsdauer hier vornimmt, dann funktioniert das also so, dass in dem Stab die Elektronen sich sozusagen zum Zeitpunkt T gleich Null auf der unteren Dipolseite befinden, weil das ist ja eine Schwingung, die sich in diesem Stab dann ausprägt, das heißt eine Veränderung auch der Elektronendichte. Ja, und die Elektronen sind oder befinden sich zum Zeitpunkt T Null zum Beispiel dann auf der unteren Seite der Dipolantenne. Ja, es prägt sich das erste E-Feld aus, also das elektrische Feld, das sieht man dann in der Mitte des oberen Bildes. Und da keine Bewegung der Elektronen vorhanden ist, gibt es auch kein magnetisches Feld, deshalb ist I gleich Null und das magnetische Feld ist auch Null. So, und jetzt, wenn wir ein Viertel der Schwingungsdauer mal weitergehen, dann wandern die Elektronen jetzt, weil das ist ja ein periodisches System, um eine solche Frequenz auszuprägen, wieder weg von der unteren Dipolseite zur oberen. Das heißt also, in diesem Moment trennt sich das elektrische Feld sozusagen von der Dipolantenne, man sieht das sehr schön in dem mittleren Bild, und rechts, aufgrund dessen, dass halt eben die Elektronen sich bewegen, prägt sich ein Magnetfeld aus. Ja, und in der dritten Reihe da, wo also t gleich 3 Viertel t ist, ist es so, dass jetzt sozusagen die andere Seite entstanden ist. Jetzt sitzen die Elektronen oben, wir haben wiederum die Ausprägung eines E-Feldes, und das Magnetfeld ist halt eben an diesem Punkt auch wieder vorhanden. Ja, und wenn wir jetzt auf t gleich t, also sozusagen zur Schwingungsdauer gehen, dann sind wir wieder an dem Punkt gelangt, wo wir auch sozusagen dann wieder starten wollen, und wir wollen sehen, wie wir hier dann wieder in den nächsten Zyklus kommen. Ja, und auf diese Art und Weise kann man sehr schön zeigen, wie also diese Ausprägung der entsprechenden Frequenzen läuft und wie auch von dem Stab sich die E-Felder und die Frequenzen lösen können und wie halt eben auch gleichzeitig das Magnetfeld hier dann entsteht. Ja, und um das Ganze nochmal zu visualisieren, auch in den verschiedenen Bereichen, haben wir ein GIF für sie vorbereitet, was wir dann im Netz gefunden haben. Wir sehen im Inneren, da ist der Stab, und der hat diese Bewegung der Elektronen auf dieser Dipolantenne, und durch diese Veränderung, durch diese Periodizität, werden dann die Frequenzen von der Dipolantenne abgegeben. Das nutzen wir dann in den Bioresonanzgeräten, um diese Frequenzen dann an den Körper heranzuführen. Ja, und auch hier haben wir einen sehr, sehr interessanten Punkt, und zwar nämlich den, dass wir zeigen können, tatsächlich, welche Leistung auf solchen Dipolantennen vorhanden sein kann. Denn es ist so, dass wir hier mit der Dipolantenne eine Konstruktion sozusagen vor uns haben, die also zum absoluten Standardrepertoire eines Physikstudiums gehört. Und deshalb gibt es halt eben auch dazu entsprechenden Versuchsaufbau, um zum Beispiel das Wesen einer Dipolantenne zum Beispiel in der Physikvorlesung auch zu zeigen. Und das haben wir aufgegriffen und möchten Ihnen das einfach mal im nächsten Video zeigen, wo ich die Technik jetzt bitten würde, das nochmal einzuspielen. Ja, mit dem folgenden Versuch möchten wir Ihnen die Funktionsweise einer Dipolantenne näher bringen. So, denn das Wesen eines Bioresonanzgerätes nach Paul Schmidt ist ja das Dipolantennensystem, welches sich in jedem dieser Geräte befindet. Wenn ich das jetzt hier mal öffne, dann sehen Sie, dass das Dipolantennensystem recht dominant hier in der Mitte platziert ist und durch einen Motor zum Beispiel hier oben auch gedreht werden kann. Das heißt, wir haben zwei Stabebenen, die obere ist beweglich. Die Elektronik rundherum ist also nur zur Ansteuerung des Displays, der Tastatur, der Green Card, des Polarisators und so weiter. Hat aber nichts mit der Herstellung der Frequenzen zu tun. So, das ist die Ausgangsbasis. Jetzt haben wir das große Glück, dass die Dipolantenne absolutes Standardwissen, sage ich mal, in einem Physikstudium ist. Und natürlich, dass deshalb auch gerne herangezogen wird, als Beispiel für Antennentechnik, weil A, es nahezu überall auf der Welt angewendet wird, also die Dipolantenne, und B, schon in einer gewissen mathematischen Komplexität, dann aber auch trotz und alledem aus den Maxwell'schen Gleichungen gut hergeleitet werden kann. Das heißt also, man kann auch diese Dipolantennen sehr gut simulieren. Das geht. Und gleichzeitig auch noch in einem Versuch auch gut darstellen. Das heißt, wir haben uns hier mal das Equipment besorgt, welches normalerweise an Universitäten im Physikstudium angewendet wird, um einfach die Funktionsweise einer Dipolantenne zu erläutern. Jetzt habe ich hier eine Dipolantenne und die ist innen drin angeschlossen mit diesem Glühlämpchen. So, und hier ist also kein Schalter dran, hier ist keine Batterie drin, gar nichts. Und wir können also jetzt zeigen, wenn wir einen Wellengenerator haben, also einen Generator der Frequenzen abgibt, dass diese Dipolantenne in der Lage ist, diese Frequenzen aufzunehmen und weil dieses Lämpchen so träge ist, wie man in der Technik sagt, wird es dann sogar unter dem Einfluss der Frequenzen, weil die nämlich hier absorbiert werden, leuchten. Also im besten Falle, wenn der Versuch funktioniert. Und das können wir jetzt mal versuchen. Ich lege das jetzt mal hier hin. So, und schalte den Wellengenerator jetzt mal hier unten ein mit dem Schalter. Dann sieht man sofort, dass die Frequenzen, die wir hier abgeben, hier aufgenommen werden. Und das ist so stark, dass selbst diese Glühlampe hier tatsächlich leuchtet. Und abhängig vom Winkel sieht man sehr schön, dass also hier unterschiedliche Intensitäten dann auch auf der Dipolantenne herrschen. So, das mal zu diesem Versuch. Das heißt also, die Frequenzen können auf die Dipolantenne abgegeben werden. Die werden empfangen und die Leistung kann hier sogar dadurch visualisiert werden. Und wenn wir das jetzt sogar mal übertragen, ja, auf den Rayocom PS10 und sein Dipolantennensystem, dann nehme ich jetzt mal hier dieses Lämpchen hier heraus. So. Und nehme ich jetzt wirklich einfach nur diesen Stab. Oder machen wir so. So, hier sind ja die Stäbe dieser Dipolantenne eher in diesem gesamten System eingebettet. So, und wenn ich jetzt hergehe und hier mal auf einen Stab, der ja nicht angeschlossen ist, irgendeiner Batterie oder sonst irgendwie etwas. So, mal, und ich schalte den Wellengenerator ein, dann müsste es eigentlich so sein, dass ich, sehen Sie, dass die Leistung hier dieser Antenne so stark ist, dass selbst also auch diese Antenne von dem PS10 stark genug ist, die Frequenzen aufzunehmen und dieses Lämpchen zum Glühen zu bringen. Also hier ist dann wirklich eine starke Schwingung dann darauf zu messen. Einfach deshalb, weil es so gestimmt oder so stark ist, dass ein Glühlämpchen hier anfängt zu leuchten. Ja, und auf diese Art und Weise kann man jetzt wiederum darstellen, dass Frequenzen von dieser Antenne auf die Empfängerplatte hier unten drunter abgegeben werden, werden hier geleitet zu den Ausgängen, von da über das Kabel zum Detektor, zum Mensch oder zum Tier. Das ist jetzt erst einmal, ich denke, ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie Dipolantennen funktionieren und dass eine Dipolantenne in PS10 in der Tat auch in der Lage ist, Frequenzen hier zu emittieren und auch sogar zu absorbieren. Ja, nochmal vielen Dank an die Technik hier für die Einspielung dieses zusätzlichen Erklärvideos. Aber es zeigt halt eben sehr schön, auch ich denke mal, der Einblick nochmal in den Reihe kommt, PS10 war für Sie interessant, dass tatsächlich an diesen Dipolantennen eine Leistung abgegriffen werden kann, die sich ja in diesem Fall sogar mit diesem Glühlämpchen sehr schön visualisieren ließ. Ja, und diese Frequenzen, die sich auf dieser Dipolantenne befinden, werden ja dann über die Kabel entsprechend und die Detektoren an den Körper geleitet. Ja, soviel zu dem Thema, ganz wichtig und damit möchten wir natürlich auch jetzt schon so ein bisschen an unseren Gast heranleiten. Das ist das Thema Studien und das gehört natürlich auch mit zu der wissenschaftlichen Betrachtung eines Systems. Wir haben sehr früh schon damit begonnen, damals mit dem Herrn Dr. Breyer, der also die in den Geräten, die in den damals befindlichen Geräten, befindlichen Therapieprogramme hier in die Anwendung bekommen hat, über 500 Patienten, die da untersucht worden sind, mit ganz interessanten und wirklich sehr, zum Teil auch spektakulären Ergebnissen und was uns natürlich auch motiviert hat, in diesem Thema weiterzumachen. Dann kam in Jahre 2011 die erste zellbiologische Studie vom Fraunhofer Institut dazu. Das war für uns insofern ganz wichtig, weil man dann auch auf zellbiologischer Ebene zum ersten Mal zeigen konnte, wie effektiv das Dipolantennensystem und die Bio-Sans nach Bollschmidt insgesamt wirkt. Sie zeigte aber auch, dass sehr wohl eine Wirkung auf zellulärer Ebene passiert, aber keine Nebenwirkung sozusagen auf die Zellen, auf den Zellen stattfindet. Eine ganz wichtige Erkenntnis. Dann im Jahre 2014, dass die erste In-Vitro-Studie mit Herrn Prof. Dr. Datsch von seinem Datsch Scientific Institut und dazu werden wir gleich noch ein bisschen was hören, deshalb springe ich hier noch mal ein bisschen drüber. Dann im Jahre 2015 eine erste Mal eine wissenschaftliche Arbeit, in diesem Fall zur Veterinärmedizin im Bereich der Behandlung von Pferden durchgeführt von Frau Alberts und mit den Erkenntnissen, dass halt eben auch Tiere, das ist ja unsere ganz allgemeine Erkenntnis, deshalb sind wir ja auch weltweit im Veterinärbereich so stark, sehr, sehr gut damit behandelt werden können. Ja, dann gab es Anwendungsbeobachten, es sind hier also definitiv nicht alle drauf, aber die ganz Wesentlichen möchten wir doch aufführen, zum Beispiel jetzt von Herrn Dr. Vieth vom Chemnitzer Klinikum, er selber ist ja Kardiologe und hat eine Anwendungsbeobachtung durchgeführt in der Behandlung von Patienten mit verschiedenen Geraden an Herzinsuffizienzen, auch hier mit ganz tollen Ergebnissen, die auch da natürlich inzwischen jetzt hier einsehbar sind. Ja, und dann die absolute Krönung natürlich, die RHWS-Studie, die wir durchgeführt haben, im Prinzip eine Studie, die ganz wichtig war, um den Status als Medizinproduktehersteller hier tatsächlich auch wahren können, denn man muss ja dafür eine Studie haben, die die Sicherheit, aber insbesondere natürlich die Effektivität in der Behandlung auch darstellt. Deshalb wurde ja die doppelblend randomisierte Studie durchgeführt und man sieht auch hier schon wieder mit den Erkenntnissen, die wir jetzt hatten, weil es ja eine klinisch prospektiv doppelblend randomisierte placebo-kontrollierte Studie war, dass wir also definitiv mit Placebos arbeiten mussten und sie war doppelblend randomisiert, heißt also weder der Arzt noch der Patient wusste, mit was für einem Gerät er jetzt arbeitet oder behandelt wird und man sieht also, das Placebo hatte kein Dipodantennensystem, das Verum Gerät war also ein funktionierendes Gerät aus der Serie und die Ergebnisse sind natürlich toll, aber erstmal zu den Zielen. Wir hatten das Ziel, dass wir insbesondere die Wirksamkeit natürlich hier nachweisen wollten und zwar die Wirksamkeit grundsätzlich jetzt in der Behandlung von chronischen Schmerzen, in diesem Falle des HWS-Syndroms und der Besserung von Nackenschmerzen gemessen an dem Neck Disability Index Index vor Behandlung und nach der Behandlung und das im Vergleich zum Placebosystem. Sekundäre Ziele, wie ich schon gesagt hatte, war die Sicherheit gemessen an den Ereignissen, an den Tragen kam. Das ist ein validierter Fragebogen, mit dem man herausfinden kann, an welchen Bereichen sich bei Patienten die Lebensqualität verbessert, verschlechtert oder vielleicht auch gleich geblieben ist. Ja, und wenn wir zur Synopse kommen, das war, wie gesagt, monozentrisch, prospektiv, randomisiert, Doppelblend, bedeutet also, es mussten neue Ergebnisse, deshalb prospektiv neue Ergebnisse erzielt werden und sodass man also nicht auf alte Daten zurückgreifen konnte, es musste also komplett neu erstellt werden. Die Indikationen waren also Patienten mit dem HWS-Syndrom, wir haben zehn Behandlungen durchgeführt mit dem Ryukom P1000 Polar 4.0 in einem Zeitraum von bis zu 70 Tagen. Es wurden die entsprechenden Fragebögen zu Schmerzen und Lebensqualität halt eben durchgegangen, das hat man noch dann auch entsprechend an Beweglichkeiten und so weiter dann verifiziert. Ja, und die Randomisierung erfolgte dann natürlich mit einem Funktionierender versus einem Placebo-Gerät und ja, mit diesem System haben wir dann diese Studie durchgeführt und erst nachdem alle Ergebnisse da waren und die Studie sozusagen geschlossen worden ist, wurde entblindet und das bedeutet, dass erst dann klar wurde, welcher Gerätetyp wirklich das Verum und welches das Placebo war. Ja, und hier die entscheidende Darstellung auch der Veränderung, zum Beispiel im Neck Disability Index und man sieht also hier sehr, sehr schön das Ergebnis. Sie sehen, die beiden linken Darstellungen ist von dem funktionierenden Riocomp-Gerät und rechts ist das aus der Placebo-Gruppe und man sieht also vorher war es sowohl halt eben bei der funktionierenden Gruppe als auch von der Placebo-Gruppe also von der Verum-Gruppe und der Placebo-Gruppe annähernd gleich, das sieht man in diesen rötlichen Balken, das war sozusagen nahezu der gleiche Startpunkt und während beim Placebo auch nach der Behandlung annähernd die gleiche der gleiche NDI zutage kam, änderte sich dieser dramatisch halt eben durch die Behandlung des Gerätes, sodass man also damit ganz klar darstellen konnte, dass die Behandlung von chronischen Schmerzen hier einen signifikanten Erfolg erbracht hat. Ja und in der Zusammenfassung nochmal auch dazu, ja es zeigte sich eine signifikante Verbesserung des NIC-Disability-Index in der Biosanz-Gruppe Es traten keine unerwünschten Ereignisse auf, gerade innerhalb der Betrachtung jetzt der Sicherheit des Systems ganz wichtig. Ja und die körperliche und psychische Lebensqualität war nach der Therapie signifikant verbessert. Jeder, der das nochmal genau nachlesen möchte, kann das tun. Es ist ja im Deutschen Register für klinische Studien veröffentlicht und die Langversion sozusagen ist sogar als bucherhältlich sicherlich auch interessant für die Auslage in der Praxis zum Beispiel. Ja, das zu den Studien so und damit kann man natürlich jetzt wunderbar auch sagen, warum Frequenzen hier so einen großen Erfolg haben. Also wir können das erklären, was mit dem Dipolantennensystem funktioniert und wir sehen an den Studien die Ergebnisse. Und dass wir das heute hier so mit der Biosanz feststellen können, ist aus unserer Sicht natürlich absolut fantastisch, weil es ein sehr sanftes, aber halt eben auch ein sehr effektives Verfahren darstellt. Und das Ganze wurde ja im Endeffekt schon postuliert und zwar von ihm, nämlich von Albert Einstein, der damals sagte, future medicine will be the medicine of frequencies. Das heißt, durch seine Postulate, die er natürlich erzeugte, die auch zum Beispiel jetzt wieder in der Quantenmechanik mit der Quantenverschränkung zu tun haben, auch das ist ja zum Beispiel ein Postulat von ihm gewesen, ist es sehr, sehr interessant, dass er, der ja schon sehr tief hineinschauen konnte in das Wesen unserer Welt, dass er sagte, ja in Bezug auf die Medizin ist es ganz klar, dass die Medizin der Zukunft die Medizin der Frequenzen sein wird, weil das einfach nochmal die auch über dem atomaren System übergelagerte Organisationsform einfach ist, also total, total spannend. Ja, ich hatte Ihnen zu Anfang dieses Webinars schon einen Gast angekündigt und wir sind sehr, sehr froh und auch stolz darüber, dass wir Herrn Prof. Dr. Datsch, mit dem wir schon so lange zusammenarbeiten, jetzt hier in dem Webinar begrüßen können. Herr Prof. Dr. Datsch. Ja, guten Abend, Herr Reimes. Ich freue mich ganz herzlich, hier sein zu dürfen und auch gemeinsam mit Ihnen heute eine Veranstaltung durchführen zu können. Ja, es ist so, viele unserer Zuschauer kennen Sie ja im Moment nur von den Studien, das heißt mehr vom Paper, was Sie gelesen haben, aber weniger halt eben persönlich und auch in der Darstellung und auch einfach mal in der Darstellung Ihrer Arbeit. Ja, also insofern ist das eine wunderbare Möglichkeit. Und mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier sind. Sehr gerne von meiner Seite her. Klasse. Ich liebe es. Schön, wir genauso. Ja, festzuhalten ist eins. Also wir arbeiten ja schon wirklich sehr, sehr lange zusammen. Über zwölf Jahre jetzt. Ja. Ja, ich weiß noch die ersten Gespräche, die wir geführt haben, insbesondere zum Thema natürlich der In-Vitro-Studie. Damals waren ja In-Vivo-Studie noch gar nicht im Thema und wir haben darüber diskutiert, ob man die Leistungen des Dipolantennensystems und der Bio-Sanstag Paul Schmidt auch im In-Vitro-Bereich darstellen kann. Und da haben Sie gesagt, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, auch mit Ihrem Institut, was Sie hier haben. Und deshalb vielleicht auch mal überhaupt ganz generell die erste Frage, warum sind aus Ihrer Sicht In-Vitro-Studien so wichtig? Ja. In-Vitro-Studien erlauben es zunächst einmal, ganz gezielte und reproduzierbare Untersuchungen zu machen und erlauben auch, diese Untersuchungen deswegen reproduzierbar zu machen, weil im Vergleich zu Probanden diese großen interindividuellen Schwankungen zwischen den einzelnen Teilnehmern doch deutlich geringer sind. Gleichzeitig kann man mit In-Vitro-Studien ein entsprechendes Setup machen, sprich einen experimentellen Ansatz, der unter Umständen mit Probanden, also in vivo gewissermaßen, überhaupt nicht möglich wäre, weil es sich um invasive Verfahren handeln würde, um Nachweise zu führen oder um Dinge, die allein von der ethischen Seite her nicht zulässig sind. Man muss sich natürlich dann aber trotzdem darüber klar sein, dass jede In-Vitro-Studie, das heißt Untersuchungen mit Zellen, ein Ausschnitt aus einem Gesamtorganismus sind. Das heißt, wir haben hier natürlich in der Zellkultur, in der Petrischale keinen Gesamtorganismus, sondern nur Teilaspekte eines Gesamtorganismus und von dieser Seite her muss man natürlich auch, was die Übertragbarkeit auf einen Gesamtorganismus anbelangt, mit verschiedenen Vereinfachungen leben. Andererseits erlauben diese Studien natürlich eine Vielzahl von Untersuchungen, die sonst überhaupt nicht möglich wären. Genau. Also wenn ich das jetzt mal auf die Biosanz nach Paul Schmidt übertrage und nochmal in die Zeit mich zurückversetze, in der wir angefangen haben, dann war es ja so, dass wir überhaupt erst einmal darstellen wollten, vor zwölf Jahren, dass ein Effekt da ist. dass man einen Effekt, einen Einfluss auf zellulärer Ebene darstellen konnte. Richtig. Das war damals so das primäre Ziel gewesen, um genau diesen Effekt zeigen zu können, darstellen zu können und auch gegebenenfalls quantifizieren zu können. Und dazu musste man natürlich auch von der experimentellen Seite her ganz am Anfang sich sehr genau überlegen, zunächst einmal theoretisch überlegen, welche Parameter man bei den Zellen untersucht. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt, wie legt man überhaupt seine Experimente an, um die Chance zu haben, ein solches Produkt wie den Mini Rionics mit entsprechenden Effekten darstellen zu können. Und das war zunächst einmal eigentlich die Hauptschwierigkeit der Untersuchungen gewesen. Und nachdem man diese ersten Schwierigkeiten überwunden hat und hatte erste Daten generiert, positive Daten generiert, die gezeigt haben, die Wirksamkeit, die Wirkeffizienz vom Mini-Rionics, war man dann schon auf sicherem Gebiet und konnte dann gewissermaßen auch gedanklich das Ganze weiter, sagen wir mal, in die Breite überlegen und organisieren und sich nicht nur auf einen bestimmten Aspekt der Zellen konzentrieren. Genau. Also wenn wir nochmal auf In-Vitro-Studien und deren Wichtigkeit zurückkommen wollen, dann ist für uns natürlich auch festzuhalten, eine In-Vitro-Studie, die sich mit einer Zellkultur beschäftigt, da können wir natürlich auch erstmal ganz sicher den Placebo-Effekt ausschließen. Ganz klar. Denn die Zellkultur wird sich ja nicht einbilden, dass sie jetzt therapiert worden ist. Also das ist ein total hilfreicher Effekt. Und was ich noch ganz toll finde an In-Vitro-Studien ist, dass sie überhaupt erst einmal ein Setup bieten, was sage ich mal nicht so umfangreich ist wie eine In-Vivo-Studie und damit sozusagen erst einmal überhaupt auch beschreiben, ob es sich lohnt, eine In-Vivo-Studie auch zu machen. Also insofern ganz wichtig, was sie da auch in ihrem Institut leisten. Ja, das freut mich natürlich sehr zu hören. Definitiv. Für uns ganz, ganz wichtig in der Grundlagenarbeit. Aber wenn wir jetzt mal anschauen, was haben wir damals denn gemacht? Darf ich an der Stelle noch ganz kurz ein Argument bringen, was ganz, ganz wichtig ist, was in allen unseren Studien von 2014 bis heute, wie wir noch sehen werden, ganz wichtig war, ist die Tatsache, dass der gewissermaßen der Placebo-Rionex, der keinerlei I-Pol-Antennensystem enthält und der als entsprechende Kontrolle dient, zu dem, was der Mini-Rionex macht, sich gegenseitig nicht beeinflussen können. Das heißt, alle Untersuchungen waren in räumlich voneinander, weit voneinander getrennten Inkubatoren angelegt. Wir müssen inkubieren, sonst können die Zellen nicht wachsen. Bestimmte Temperatur müssen wir aufrechterhalten, bestimmte äußere Kulturbedingungen. Aber ganz wichtig, dass diese beiden Geräte sich nicht gegenseitig beeinflussen und dann etwas vorgaukeln, was nicht der Realität entsprechen würde. Das ist ein Punkt, auf den muss man ganz große Sorge tragen und das haben wir von Anfang an auch schon sehr rasch gemerkt, dass man hier wirklich sehr genau und sehr minutiös seine Experimente anlegen muss, damit eine solche gegenseitige Beeinflussung völlig ausgeschlossen wird. Ja, begonnen hat das Ganze ja dann mit diesen Untersuchungen im Jahre 2014. Es war damals eine In-Vitro-Studie zur Zellaktivität und wir haben immer, Sie haben das jetzt eben schon erwähnt, immer den Mini-Rionex genommen, weil es natürlich jetzt ein portables Gerät ist und, sage ich mal, auch in einem Inkubator gut zu verarbeiten ist. Das wäre mit einem Polar 4.0 ein bisschen schwer. Bisschen schwer, ja. Also insofern, wenn Sie sich die Frage stellen, warum wir einen Mini-Rionex nehmen, das nehmen wir deshalb, weil er einfach sehr handlich ist und auch in einem Inkubator dann halt eben Platz findet, ja. Deshalb ist ja auch der Mini-Rionex heute aus In-Vitro-Sicht das am besten untersuchte Produkt, was wir haben. So ist es. Ja, soweit ich das aus meiner Sicht der Dinge beurteilen kann, muss ich Ihnen recht geben. Jawohl, genau. Das ist absolut direkt. Wollen Sie dazu erzählen? Ja, würde ich gerne tun. Ich möchte aber zunächst einmal kurz erläutern, was man darunter versteht, ein Mini-Rionex zwischen zwei Zellkulturplatten. Das ist hier in der Abbildung, in der Aufnahme dargestellt. Wir haben oben eine 96-Lochplatte, dann kommt der Mini-Rionex und unten wieder eine 96-Lochplatte. Wir haben damals untersucht, gibt es einen Unterschied zwischen beiden Seiten des Mini-Rionex bezüglich der Beeinflussung auf zellulärer Ebene. Und wir haben damals gemessen die Zellaktivität. Dazu muss man sich vorstellen, Zellaktivität, dazu misst man eine enzymatische Reaktion, nämlich die sogenannten Aktivitäten der mitochondrialen Dehydrogenasen, also den Kraftwerken der Zelle, die in der Lage sind, in Abhängigkeit von ihrer Aktivität, einen Farbstoff, der ebenfalls in das Reaktionsgemisch zugegeben wurde, zu spalten und auf diese Art und Weise einen Farbumschlag durchzuführen. Man sieht das hier sehr schön auf der oberen Platte. Da habe ich mit Absicht zu Dokumentationszwecken das so angelegt, dass von links nach rechts die Farbe von Orange ins Gelbliche wird. Und das sind verschiedene Zeitpunkte einer solchen Reaktion. Das heißt, wir haben Orange bis Gelb. Und Gelb ist die maximale Umsetzung, die maximale Enzymaktivität hier in unserem Versuch. Und das kann man dann entsprechend messen, bestimmen und daraus dann die entsprechenden Werte quantifiziert ableiten mit allem, was das Wissenschaftlerherz begehrt. Mittelwerte, Standardabweichungen, statistische Signifikanzen und so weiter und so weiter. Students-T-Test. Students-T-Test zum Beispiel, jawohl. Unter der Voraussetzung, wir haben eine gaussische Größenverteilung. Und das Ergebnis dieser allerersten zellbiologischen Studien war das gewesen, dass der Mini-Rionics die Zellaktivität, also die Enzymaktivität in den Mitochondrien und damit die Leistung dieser Zellen, die Stoffwechselaktivität in 24 Stunden um bis zu 45 Prozent erhöhen kann. Und das war signifikant im Vergleich zu einem Placebo-Rionics. Und das war schon mal das erste wirklich aufsehenerregende Ergebnis dieser wirklich allerersten Untersuchungen vor rund acht Jahren. Ganz genau. Also, ganz tolles Ergebnis hat damals auch insgesamt in der Anwendergemeinde, sag ich mal, in der internationalen Anwendergemeinde ein unglaubliches Echo ergeben. Denn, dass der Mini-Rionics total erfolgreich angewendet werden kann, das wissen wir hunderttausendfach. Aber das noch mal von wissenschaftlicher Seite belegt zu bekommen, ist noch mal wieder ein, ist sozusagen die Bestätigung dessen, was man an Erfahrung gesammelt hat. Und das ist immer ein schönes Erlebnis. Ja, das ist definitiv der Fall, weil es gleichzeitig auch ein neutraler, objektiver Nachweis ist von dem, was man in Form von sogenannten Fallbeispielen, Fallbeispielen, das heißt, Beschreibungen von Wirkungen von Anwendern, die natürlich subjektiv gefärbt sind und deswegen von der wissenschaftlichen Seite her keine wirkliche Objektivität und Neutralität nach sich ziehen, dass man das mit solchen In-vitro-Untersuchungen in diesem Falle bestens bestätigen konnte. Genau. Und es ging ja noch weiter, denn es ist ja auch noch etwas zur Zellregeneration untersucht worden. Definitiv. Und das ist auch noch mal ein ganz spezielles Feature, sage ich jetzt mal, der Untersuchungen. Man muss sich vorstellen, eine Zellkultur wird angelegt. In diesem Falle waren das Bindegewebs Fibroblasten, also im weitesten Sinne des Wortes Hautzellen. Und es wird ein definierter zellfreier Raum geschaffen, der, wie man jetzt hier auf den Abbildungen zum Beispiel oben sieht, eine gewisse Breite hat. Und dieser zellfreie Raum wird in den darauf folgenden 42 Stunden von den Zellen wieder geschlossen, indem diese Zellen einfach dort einwandern und sich dort teilen. Und auf diese Art und Weise kann man nach dem Fixieren und Anfärben der Zellkulturen bestimmen. Das kann man mit einer künstlichen Intelligenz inzwischen, einem Computersystem, einer Software, damals gab es das noch nicht. Dann hat man das manuell gemacht, war sehr zeitaufwendig. Aber hat ganz klar gezeigt, dass der Mini-Rayonex in der Lage war, diesen definierten zellfreien Raum innerhalb von 48 Stunden um etwa 20 Prozent schneller oder besser zu verschließen als unter den Placebo-Bedingungen. Das sieht man auch hier sehr schön auf der linken Seite, den beiden Mikrofotografien. Das obere Bild zeigt den Effekt des Placebo-Rayonex. Da sieht man, dass der zellfreie Raum in der Mitte sehr viel größer ist als im unteren Teil, in der unteren Abbildung, wo der Mini-Rayonex hier seine Wirkeffizienz entfalten konnte und diesen zellfreien Raum doch deutlich geringer gehalten hat als im oberen Bereich. Und auch das ist wieder etwas, was ein sehr förderlicher Wirkeffekt bei der Anwendung des Mini-Rayonex ist. Definitiv wird ja auch immer wieder bestätigt. Ja, und für uns war es ein wirklich sehr, sehr interessanter Versuch, den Versuch aus 2014 noch mal in 2022 zu wiederholen. Das haben wir ja gemacht im Rahmen jetzt der Promotionsarbeiten. Ja, haben wir ja sozusagen noch mal den Aufbau gemacht, um einfach zu sehen, können wir denn nach acht Jahren den gleichen Versuch noch mal mit den gleichen Ergebnissen erzielen? Ja. Und das haben Sie ja durchgeführt. Richtig, genau so ist es. Und das Fantastische, das kann man nicht anders sagen. Es hat sich gezeigt, dass diese acht Jahre zwischen dem Mini-Rayonex von damals und dem heutigen aktuellen Mini-Rayonex tatsächlich genau die gleiche Wirkung ergeben haben, was dafür spricht, erstens mal, dass die Wirkungen des Mini-Rayonex reproduzierbar sind. Ein ganz wichtiger Aspekt der Wissenschaftlichkeit und das auch über einen Zeitraum oder über einen Zeitunterschied von acht Jahren hinweg. Und der andere Punkt ist, dass nicht nur die Reproduzierbarkeit vorhanden ist, sondern auch nach wie vor die entsprechende Wirkeffizienz des Mini-Rayonex. Wissen Sie, wir müssen ja als Medizinproduktehersteller auch den Nachweis erbringen, dass wir Follow-up-Studien machen und dass wir sozusagen kontinuierlich ja auch Studien erzeugen. Und diese Untersuchung wiederum werden wir dann im Februar, da werden wir wahrscheinlich dann das nächste Audit haben mit unserem Notified Body, dann auch wiederum darstellen und sagen, schaut mal, das war vor acht Jahren, das ist jetzt heute passiert. Wir haben die gleichen Ergebnisse und damit können wir auch belegen, wiederum mit einer In-Vitro-Studie, dass das System stabil über die Jahre hinweg funktioniert. Absolut, absolut richtig. Und das zeichnet auch den Mini-Rayonex aus, nämlich die Tatsache, dass seit acht Jahren die Wirkeffekte allen Änderungen, die in der Zwischenzeit gemacht worden sind, von denen ich keine Ahnung habe, weil ich gucke ja nicht in das Gerät rein, sondern ich messe ja nur, was sozusagen das Gerät bewirkt. Sehr pragmatisch. Ich muss ja gar nicht wissen, was da vor, von anstatten geht oder vor sich geht. Das weiß Herr Heimes zehnmal besser als ich, sondern ich bin derjenige, der einfach misst und ich habe die gleichen Effekte gemessen und völlig unabhängig voneinander, Zeitunterschied acht Jahre und ich finde das fantastisch. So, das war jetzt sozusagen die retrospektive Betrachtung, aber wir haben ja auch noch eine prospektive Betrachtung. Richtig. Also wir haben ja das zum Anlass genommen, um auch weiterzumachen, also eine neue In-Vitro-Studie anzupacken, nicht mit den Zelllinien, die wir hier schon vorgestellt haben, sondern mit neuen. Und das hat im Endeffekt zu einer, jetzt erstmal vom Ergebnis her gesehen, zu einer Peer-Reviewed-Veröffentlichung geführt in einem amerikanischen Journal. Jawohl. Mögen Sie was erzählen? Ja, da erzähle ich gerne was dazu. Zunächst einmal muss man verstehen, was der Begriff Peer-Reviewed bedeutet. Ich kann hergehen und kann eine Veröffentlichung oder ein Manuskript an einen Verlag schicken, der sagt, oh ja, das ist wunderbar, das tun wir jetzt einfach veröffentlichen, das passt gut zu dem Journal XY im Oktober oder im November diesen Jahres. Das ist der eine Punkt. Aber Peer-Reviewed heißt, wir liegen auf der wissenschaftlichen Ebene, das heißt, unabhängige Gutachter bewerten die Wertigkeit dieses eingesandten Manuskriptes, bemängeln Fehler, so welche vorhanden sind und überprüfen, ob das ganze Design, die ganzen Ergebnisse, ob die überhaupt wissenschaftlichen Bestand haben. Und hier bin ich sehr stolz darüber auch sagen zu können, dass dieser Peer-Review-Prozess dazu geführt hat, dass nur minimalste Änderungen, nämlich einige Tippfehler, zu verändern waren. Von der wissenschaftlichen Seite her hat alles den Gutachtern sehr gut gefallen, sodass es relativ problemlos dann zur Veröffentlichung in diesem Journal kam. So, jetzt haben wir die Spannung erhöht. Kann man so sagen. Ja, genau. Jetzt können wir auch wirklich darüber sprechen, was denn eigentlich untersucht worden ist. Wir sind einen ganz neuen Weg gegangen. Bisher in den alten Studien 2014, 2022 oder zu Beginn 2022, hatte ich ja schon kurz erwähnt, hatten wir die Hautfibroblasten untersucht, die Bindegewebsfibroblasten, genauer gesagt, also Hautzellen. Jetzt sind wir einen weiteren Weg gegangen und haben uns mehr mit dem Körperinneren beschäftigt. Was uns interessiert hat, war die Problematik Darmwandbarriere, weil viele Menschen leiden unter dem Problem eines durchlässigen Darms, eines Reizdarms. Das wird zur Genüge aktuell in allen möglichen Zeitschriften, sogar in Werbesendungen auch entsprechend breit getreten. Und wir haben untersucht, ob der Mini-Rionics bei kultivierten Darmepithelzellen in der Lage ist, im Vergleich zu einem Placebo-Gerät, die Darmwandbarriere, also die eigentliche Undurchlässigkeit der Darmwandbarriere für unerwünschte Substanzen, zu verbessern. Und da hat es sich gezeigt, dass der Mini-Rionics genau dieses bestens tun kann. Er hat nämlich signifikant, statistisch signifikant, die Darmwandbarriere um mehr als 30% verbessert. Eine derart gestärkte Darmwandbarriere war, und das war das folgende Setup, war ebenfalls signifikant widerstandsfähiger gegenüber einem oxidativen Stress durch Wasserstoff Peroxid. Das heißt, wir hatten hier einmal die gestärkte Darmwandbarriere durch den Mini-Rionics und die normale Darmwandbarriere durch das Placebo-Gerät und haben verschiedene Konzentrationen Wasserstoff Peroxid dazugegeben, um zu schauen, ob ein Unterschied in dieser Dichtigkeit der Darmwandbarriere sich auch bei oxidativem Stress tatsächlich hält und bemerkbar macht. Und genau das war der Fall gewesen. Das heißt, eine solche durch den Mini-Rionics gestärkte Darmwandbarriere ist ebenfalls widerstandsfähiger gegen einen oxidativen Stress durch Wasserstoff Peroxid. Jetzt mag man sich fragen, wie kann man denn so etwas messen? Ist eigentlich, wenn man es weiß, ganz einfach. Man muss Zellen in einer Kulturschale kultivieren auf einer sogenannten semipermeablen Membran. Das ist so ein kleiner Einhänger, der in die Kulturschale eingehängt wird, mit Poren von 0,4 Mikrometer Durchmesser, damit die Zellen da nicht hindurchwandern können. Dann wird oben auf die Membran werden die Zellen ausgesät, kommt auch Kulturmedium dazu und unten, sprich in der Kulturschale, in dem unteren Kompartiment gibt es ebenfalls Kulturmedium, sodass man hier zwei Kompartimente hat. Das obere, da befinden sich die Zellen auf der porösen Membran und die untere, wo nochmal zusätzlich Kulturmedium ist. Diese Membran stellt gewissermaßen den Übergang zum Blut dar. Das heißt, das untere Kompartiment repräsentiert gewissermaßen unser Blut. Das obere Kompartiment repräsentiert unser Darmlumen mit dem entsprechenden Darminhalt. Jetzt lässt man diese Zellen dicht werden und kann dann mit einem entsprechenden Gerät die Leitfähigkeit zwischen dem unteren Kompartiment, also dem Blut, und dem oberen Kompartiment mit den Zellen messen. Und auf die Art und Weise bekommt man einen elektrischen Widerstand. Das ist der sogenannte transepitheliale elektrische Widerstand. Und dieser verändert sich sehr stark, je dichter die Zellen zusammenschließen und je stärker die Darmwandbarriere ist. Das kann dann, wie gesagt, hier 30 Prozent ausmachen. Und das Interessante ist nicht nur die Tatsache, dass die Darmwandbarriere gestärkt wurde, sondern auch gleichzeitig die Resistenz gegenüber oxidativem Stress. In Übereinstimmung mit diesen Beobachtungen konnten wir auch feststellen, dass die Regeneration von Darmepithelzellen durch den Mini-Rhyonex im direkten Vergleich mit dem Placebo-Gerät um ebenfalls zwölf Prozent gesteigert war. Das heißt, bei Traumatisierungen der Darmwandbarriere kommt es hier zu einem schnelleren Verschluss und auf diese Art und Weise, also Widerverschluss dieses offenen Raumes und auf diese Art und Weise dazu, dass weniger Schadsubstanzen aus dem Darmlumen, die normalerweise nicht in den Organismus ins Blut gelangen würden, weniger stark aufgenommen werden. Total interessant. Also alleine die Tatsache, dass man jetzt Wasserstoffperozid, das ist ja H2O2, verwendet, um sozusagen den oxidativen Stress unserer Nahrung im Darm zu simulieren, finde ich also schon eine klasse Idee, um einfach darzustellen, wie zum Beispiel auch dann die Wirkung eines Mini-Rhyonex, im Endeffekt bedeutet ja das insgesamt der Bio-Sunstar Paul Schmidt, denn wir können das ja auch mit einem Polar oder mit einem PS-10 darstellen, auf genau diesen, auf diesen Darmwandbarriere halt eben wirkt. Das ist, finde ich, total spannend. Ja, definitiv. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, dass ein erster Einstieg ist in diese Problematik. Man kann nämlich hergehen und ein Verdauungsmodell, was wir vor vielen Jahren schon entwickelt haben, was die Verdauung des Menschen simuliert, die verschiedenen Kompartimente, wo man hergehen kann und kann die Verdauung simulieren und kann dann mit dem entsprechenden Darmsaft, so nennt sich das, der dann schließlich und endlich genauso wie unsere Dünndarmflüssigkeit aussieht, ebenfalls solche Untersuchungen machen, nachdem man verschiedene Nahrungsbestandteile beispielsweise hier verdaut hat, um zu schauen, inwieweit eine solche gestärkte Darmwandbarriere auch verbesserte Eigenschaften hat gegen die Problematik einer Diffusion von Nahrungsbestandteilen nach dem Verdau. Also es lässt sich auch in vitro eine ganze Menge an hochinteressanten Sachen machen. Da kann der Wissenschaftler richtig spielen. Okay, das stelle ich gerade wieder fest. Nein, aber es ist ja genau das, was vorher auch in den Folien gesagt worden ist. Wir haben jetzt hier einen Nachweis, signifikant ganz klar bestätigt, dieser Effekt ist durch dieses Dipol-Antennensystem entstanden und das könnte für uns jetzt wiederum natürlich der Hinweis sein, zu sagen, hey, das lohnt sich, hier eventuell auch mal eine In-Vivo-Studie aufzusetzen, also ein Setup zu entwickeln, wo man sich dann vielleicht mal seitens des Polars, des PS-10 oder auch des Miniralnex, gerade mit Darmerkrankungen, ich sage mal Morbuschrom, entzündliche Erkrankungen des Darms und so weiter beschäftigt. Aber dass wir jetzt durch diesen Hinweis, jetzt schon wieder durch die ganz klaren wissenschaftlichen Effekte, die in dem In-Vito-Bereich jetzt gefunden worden sind, jetzt schon sehen, dass wir oxidativen Stress entgegenwirken können und dass wir die Darmbandbarriere stärken können. Und das streicht ja noch mal wieder, wie toll und wie wichtig halt eben auch der Einsatz sein kann. Definitiv. Gerade auch bei Darmerkrankungen. Definitiv. Genau so ist es. Vollkommen neues Thema. Ja, absolut neues Thema. Da fällt mir spontan wieder ein, jetzt kommt wieder der spielende Wissenschaftler. Man kann natürlich auch untersuchen, inwieweit ein Miniralnex einen entzündlichen Prozess in der Lage ist, zu reduzieren, das in Kombination mit Darmwandzellen. Dann sind wir nämlich bei den chronisch entzündlichen Prozessen im Bereich der Darmband. Das, was Sie schon angesprochen haben, beispielsweise auch Marbus Crohn. Klar. Also dazu, glaube ich, sollten wir oder jetzt aufbauend auch auf diesem Webinar einfach mal noch ein neues Webinar machen, wo wir dann aber auch mehr, sage ich mal, sozusagen auch den medizinischen Beruf mit hinzunehmen und auch genau das einfach auch noch mal erklären. Denn auch das könnte jetzt sehr schön sein, weil wir haben den Start ja jetzt mit diesen Untersuchungen, der In-Vitro-Untersuchung natürlich auch gefunden. Und da geht es natürlich auch noch mal um die Visualisierung und wie kann man so etwas dann auch darstellen. Das sollten wir dann sicherlich auch in einem weiteren Webinar noch mal aufkommen. Ja, apropos Darstellung von Grundlagenforschungsergebnissen bzw. deren Visualisierung. Hier haben wir bezüglich der Darmwandbarriere Untersuchungen durchgeführt, die eine sogenannte Endpunktbestimmung darstellen. Das heißt, wir haben eine Anfangssituation und eine Endsituation, die wir beide dokumentiert haben und entsprechend miteinander verglichen haben. Jetzt besteht aber noch die Möglichkeit, das Ganze in Form eines dynamischen Prozesses zu visualisieren. Das heißt, man kann hergehen, kann beispielsweise Darm-Epithelzellen unter dem Mikroskop einen Zellregenerationsprozess durchführen lassen und kann das in einem Zeitraffer-Verfahren Video-Mikroskopisch gewissermaßen aufzeichnen. Und auf diese Art und Weise einen Prozess, der normalerweise 48 Stunden dauert oder auch 24 Stunden, um einen Faktor von 3000 beschleunigen, um auf diese Art und Weise in 30 bis 40 Sekunden genau das darzustellen, was in diesen vielen Stunden passiert. Und wenn man das vergleichend einander gegenüberstellt, hat man natürlich die Möglichkeit, nicht nur Anfangs- und Endpunkt zu sehen, sondern auch, was mittendrin passiert. Was passiert bei oxidativem Stress beispielsweise dann, wenn die Zellen nicht geschützt sind, kommt es zum Ablösen der Zellen, zum Abrunden der Zellen, hören die auf, plötzlich sich zu bewegen, zu wandern und ist das im Falle der Anwendung vom Mini-Rionics deutlich reduzierter, so wie wir ja auch schon in der Endpunktbestimmung festgestellt haben, kann man das auch zeitlich fixieren, dass man sagt, nach so und so vielen Stunden haben wir diese Effekte in der ungeschützten Kultur, während die andere Kultur, die dem Mini-Rionics ausgesetzt ist oder geschützt ist durch den Mini-Rionics, wir hier einen Effekt bekommen, der gar nicht in dieser Form überhaupt zu Trage tritt. Und das sind Sachen, da kann man sich Wissenschaft ja tatsächlich so, wie in einer Art Wissenschaft zum Anfassen, zum besseren Verständnis der ganzen dynamischen Prozesse, könnte man hier beispielsweise anfertigen und hier durchführen. Und ich glaube, sagen zu können, schon mal im Vorfeld, solche Videos, die sind richtig heiß. Okay, also was vollkommen klar ist, man weiß ja schon, man hat einen Text vor sich, dann ist es eine Sachinformation, man hat ein Bild vor sich, das ist natürlich schon viel, viel plakativer. Hat man dann aber ein Video, dann ist es natürlich die höchste Form und unglaublich schön zu visualisieren, wie so ein Prozess natürlich auch dynamisch abläuft. Richtig. Total klasse. Also ich höre daraus, das können wir auch sozusagen nochmal so als Add-on dieser Untersuchung noch beauftragen, dass wir sozusagen dann ein Zeitraffer-Video über den dynamischen Verlauf bei oxidativem Stress zum Beispiel haben. Richtig. Also dann sollten wir das so machen. Das freut mich doch richtig zu hören. Also das, ja natürlich, weil das ist ja etwas, das kann ja auch jeder Therapeut seinen Patienten unglaublich gut zeigen. Wir können das natürlich auch multimedial sehr, sehr gut verwenden, um einfach zu zeigen, welche Effekte die Biosanz nach Paul Schmidt natürlich dann auch hat. Und das halt eben auf wirklich wissenschaftlicher Basis. Ja. Und das Schöne dabei ist noch zusätzlich, man muss nichts von Zellkultur verstehen, um das, was man dann auf solchen Videos sieht, dann auch tatsächlich nachvollziehen zu können und sagen zu können, hoppla, ich sehe die Unterschiede, auch wenn ich kein Zellbiologe bin. Und das ist das Schöne auch. Gar keine Frage. Ja, also ich denke mal, das war ein richtig schönes Endergebnis dann nochmal dieses Webinar. Definitiv. Ja, vielen Dank. Oder so, genau. Aber es ist natürlich wirklich interessant, wenn man das nochmal visualisieren könnte in einem Video. Ich glaube, das würde auch vielen Zuschauern und Anwendern natürlich sehr gut gefallen. Das würde mich freuen. Also in dem Sinne passt es wirklich gut dazu zu sagen, wir forschen weiter. Definitiv. Und ich glaube, einen schöneren Endpunkt dieses Webinars können wir jetzt so gar nicht erst mal festhalten. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie jetzt im Webinar mit dabei waren. Sehr gerne. Hat mir total Spaß gemacht. Und ich glaube auch den Anwendern. Das freut mich zu hören. Von meiner Seite her. Mir hat das ebenfalls sehr viel Spaß gemacht, wie man wahrscheinlich unschwer feststellen konnte. Okay. Ja, klasse. Und wie jedes Mal ist es ja so, dass wir uns bei Ihnen ja für die Teilnahme an einem Webinar bedanken. Und unser Dankeschön ist in diesem Fall, dass wir Ihnen heute Abend von 19 Uhr bis 24 Uhr, also bitte auch, weil es natürlich hinterher auch auf YouTube zu sehen ist, dass wir nur an dem Tag des Webinars dann alle Mini-Rhein-X-Reihen, wir haben ja den Mini-Rhein-X 5G und den normalen und den LC und so weiter. Wenn Sie das so sagen. Ja, was sich daraus schon entwickelt hat, dass wir Ihnen das mit 10 Prozent anbieten. Also Dankeschön für die uns geschenkte Zeit durch Ihren Besuch des Webinars. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für die Teilnahme an Sie. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Webinar. Ja, ich freue mich ebenfalls und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, alles Gute Ihnen. Tschüss. 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 Vielen Dank.